anderen Fraktionen im Haus. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 16 a bis 16 c sowie Zusatzpunkte 5 bis 11. Beratung mehrerer Vorlagen zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage sowie einer Vorlage betreffend die Diskriminierung von homosexuellen und transgeschlechtlichen Menschen bei der Blutspende. Für die Aussprache sind 60 Minuten vorgesehen. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, Platz zu nehmen oder diejenigen, die an der Aussprache nicht teilnehmen wollen, den Raum zu verlassen. Wichtige Gespräche woanders zu führen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Bundesminister Jens Spahn für die Bundesregierung. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein leistungsstarkes, ein belastbares Gesundheitswesen ist entscheidend in einer Lage wie dieser. So ein Gesundheitswesen leistungsstark und belastbar ist ein Stabilitätsanker eines funktionierenden Staates. Dieses Gesundheitswesen weiter zu stärken in dieser Lage und ganz generell, das ist unser Ziel, auch unser Ziel mit diesem Gesetzentwurf. Es geht um eine Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, der Behörden vor allem auch vor Ort, in den Landkreisen und kreisfreien Städten, aber auch bei unserem Robert-Koch-Institut. Eine personelle Stärkung beim Robert-Koch-Institut, auch darüber hinaus, klare Ansprechpartner für die Kommunen, wo gerade auch mit der Entscheidung gestern der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin der Bundesregierung gerade die Möglichkeit zur schnellen und zügigen Nachverfolgung von Kontaktpersonen, von Infizierten und der Brechung von Infektionskäten ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist. Deswegen investieren wir nicht nur in die personelle Ausstattung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, vor allem auch in eine technische Auf- und Ausrüstung. Demis ist gerade schon angesprochen worden, ein wichtiges Online-Tool für die Meldewege. Weitere Investitionen in die Digitalisierung machen wir mit diesem Gesetz möglich, auch mit einem Förderprogramm. Der öffentliche Gesundheitsdienst ist ein wichtiger Pfeiler in dieser Krise, und wir wollen ihn weiter stärken. Darüber hinaus machen wir möglich, dass mehr Tests auf das Coronavirus finanziert werden, auch von den gesetzlichen Krankenkassen. Jetzt, nachdem es uns gelungen ist, gemeinsam auch die Dynamik, die wir gesehen haben, wieder in eine Entwicklung zu bringen, auch bei der Zahl der Neuinfektionen, mit denen wir insgesamt im Gesundheitswesen umgehen können, ist es wichtig, gerade auch in den Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen, noch mehr, als es in den letzten Wochen schon gesteigert worden ist, zu testen. Denn insbesondere dort sind jetzt auch die Infektionsrisiken einfach aus der Behandlungssituation heraus. Deswegen machen wir es möglich, dass die gesetzlichen Krankenkassen präventives Testen in den Pflegeeinrichtungen, in den Krankenhäusern, auch bei der Verlegung und der Aufnahme etwa in ein Krankenhaus oder eine Pflegeeinrichtung finanzieren, auch für das Personal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Das ist ganz, ganz wichtig, um insbesondere dort auch sehr schnell und sehr zügig nachvollziehen zu können, wenn es zu Infektionsherden kommt. Wir haben gesehen, wie brutal dieses Virus gerade in Pflegeheimen zuschlägt, weil es insbesondere für die Höchstbetragten sehr, sehr gefährlich ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Testkapazitäten nicht nur ausweiten. Wir haben mittlerweile bis zu 1 Million Tests, die in der Woche möglich sind, sondern sie auch umfänglicher finanzieren. Auch das wollen wir mit diesem Gesetz möglich machen. Der Einsatz vieler Millionen, die im Gesundheitswesen jeden Tag tätig sind, hat uns bis hierhin gut durch diese Krise getragen. Sie haben unter erschwerten Bedingungen gepflegt, geheilt, behandelt. Das gilt besonders auch in der Altenpflege, ambulant und stationär, wo in ganz, ganz vielen Situationen unter Stress es zu sehr, sehr schwierigen, ja, auch persönlichen Situationen kommt. Wir haben die Besuchsverbote, die notwendig waren und jetzt ja auch zum Teil gelockert werden, aber notwendig waren, vor allem auch zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner, um sie eben vor diesem Virus zu schützen, die aber auch hart sind, wenn es nicht möglich ist, den eigenen Partner, die eigene Partnerin, die Verwandten, die Familie, die Freunde direkt zu sehen und sich zu besuchen. Dadurch entstehen emotional auch sehr, sehr schwierige Situationen über das, was es Herausforderndes bedeutet, in der Pflege zu arbeiten generell. Deswegen ist es mir wichtig, dass wir mit diesem Gesetz auch entscheiden über eine Prämie in der Altenpflege für diejenigen, die ambulant und stationär in den Pflegeeinrichtungen tätig sind, beispielsweise für Pflegefachkräfte von 1 000 Euro, finanziert von den Pflegekassen. Einige Bundesländer haben schon gesagt und auch schon beschlossen, dass sie das aufstocken auf die bis zu 1 500 Euro, die möglich sind, steuer- und abgabenfrei in diesem Jahr auch als Prämie zu bekommen. Der Applaus ist wichtig, die Anerkennung ist wichtig, aber auch die finanzielle Anerkennung ist wichtig, und die stellen wir mit diesem Gesetz sicher. Auch das will ich über unser Gesundheitswesen hinaus erwähnen. Durch die gute Situation, in der wir sind, ist es uns auch möglich, zu helfen. Es sind viele Patienten auch aus Nachbarländern in Deutschland behandelt worden, konnten behandelt werden, auf der Intensivstation in der Beatmung. Es ist aus meiner Sicht selbstverständlich, dass wir hier auch dann die Kosten übernehmen, dass wir natürlich auch solidarisch sind. Diese Selbstverständlichkeit setzen wir mit diesem Gesetz auch um, dass der Bund die Kosten für die Behandlung von Patienten aus dem Ausland mit Covid-19 in dieser konkreten Lage übernimmt. Ich finde, das ist ein wichtiges Signal europäischer Solidarität in dieser Zeit. Deswegen beginnen wir jetzt die Beratung zu diesem Gesetz abschließend noch einmal grundsätzlich. Debatten wie gerade die, die vorher geführt wurde, sind wichtig, auch kontrovers. Es geht ja um etwas. Es geht um etwas im Grundsätzlichen. Ja, es sind die größten Freiheitseinschränkungen in der Geschichte der Bundesrepublik, die notwendig waren und die auch eine hohe Akzeptanz erfahren haben. Aber es geht natürlich auch immer um die richtige Balance von öffentlichem Leben, Gesundheitsschutz, Wirtschaft, den Interessen des Einzelnen und den Interessen der Gesellschaft, der Mitbürger. Es geht am Ende um Konkretes, wie in diesem Gesetzentwurf. All das verdient und braucht eine grundsätzliche und ja, auch eine kontroverse Debatte. Natürlich, das gehört dazu. Ich finde es nur wichtig, weil das spüren wir ja alle, dass wir diese Debatten auch in ihren Unterschieden so führen, dass wir daraus den Kompromiss versuchen zu finden. Herr Spahn, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder eine Bemerkung von Manuela Rottmann, Bündnis 90 Die Grünen? Klar, gerne. Frau Rottmann, bitte. Vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben erfreulicherweise gesagt, wir brauchen Debatten. Warum schaffen wir es dann nicht, über die Erweiterung der Befugnisse des Bundesgesundheitsministers eine gemeinsame Anhörung zwischen Rechts- und Gesundheitsausschuss zu veranstalten, um die staatsrechtlichen Fragen, die davon betroffen sind, die vielen verfassungsrechtlichen Einwände, die es dagegen gibt, um die offen zu diskutieren? Frau Kollegin, da ich jetzt hier gerade als Mitglied der Bundesregierung spreche, möchte ich mich nicht in die interne Organisation des Parlamentes einmischen und der Frage, wie die Anhörungen stattfinden. Gleichwohl habe ich den Eindruck, wenn ich die öffentliche Debatte nehme, wenn ich auch die Debatte hier im Parlament nehme, dass alle Aspekte auch zur Sprache kommen. Ich finde, wir sollten aufhören, überall den Eindruck zu erwecken, man könnte bestimmte Dinge hier nicht sagen oder bestimmte Punkte anbringen. Alles kann überall gesagt und angesprochen werden, und jeder Aspekt wird in der Debatte berücksichtigt. Das bringt mich noch einmal zu dem, was ich gerade versuchte, grundsätzlich zu sagen. Ich sage noch einmal, es braucht aus meiner festen Überzeugung die kontrovers-kritische Debatte, weil es um viel geht. Die Frage ist nur, wie wir sie führen. Ob das mit dem Ziel ist, die richtige Balance zu finden, den Ausgleich zu finden, den Kompromiss möglich zu machen und vor allem durch die gut geführte Debatte zusammenzubleiben? Oder ist das mit dem Ziel, wie wir in den letzten Tagen auch wieder erleben müssen, zu spalten und zu polarisieren? Das ist die entscheidende Frage in einer solchen Debatte. In den letzten Wochen haben wir gemeinsam wieder erlebt ein Wir-Gefühl, eine Gemeinsamkeit in der Gesellschaft, die über viele Monate vorher in viel Aggressivität und Wut gar nicht mehr zu spüren war. Wir haben zu Beginn dieser Pandemie gemerkt, was alles in diesem Land steckt, wie wir bereit sind, miteinander solidarisch zu sein und gemeinsam zu agieren. Eins wünsche ich mir bei der Debatte zu diesem Gesetz und bei allen Debatten, die im Grundsätzlichen und im Konkreten wichtig sind, dass wir diskutieren, dass wir mit Leidenschaft diskutieren, dass wir auch kontrovers diskutieren, dass wir das aber immer tun mit dem Ziel, am Ende zusammenzubleiben, wir als Gesellschaft, wir als Nation, um am Ende zu guten Ergebnissen, guten Entschlüssen und vor allem zu viel Gemeinschaft in dieser Krise zu kommen. Vielen Dank, Minister Jens Spahn. Vielen Dank. Der nächste Redner für die AfD-Fraktion ist Detlef Spangenberg. Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich freue mich immer über eine Begrüßung. Meine Damen und Herren, die Politik, die Sie zurzeit machen, vernichtet jeden Tag weitere Existenzen in Deutschland. Am 25. März 2020 wurde hier im Bundestag das erste von der Bundesregierung eingebrachte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite abgestimmt und beschlossen. Gleichzeitig wurde auch somit der § 5 des Infektionsschutzgesetzes im Zusammenhang mit dem Virus SARS-CoV-2 eine epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt. Mit der durch den Bundestag festgestellten epidemische Lage von nationaler Tragweite wird im Bundesministerium für Gesundheit nach dem Infektionsschutzgesetz eine hohe Anordnungsverfügungsmöglichkeit eingeräumt. Das Ministerium erhält Befugnisse zur Einschränkung von zahlreichen Bürgerrechten. Vor allem kann das die Reise- und Bewegungsfreiheit betreffen. Nun fehlt allerdings aus unserer Sicht eine Legaldefinition, was eine epidemische Lage von nationaler Tragweite nun eigentlich genau ist und an welchen Kriterien die eigentlich festgestellt wird. Auch die Gesetzesbegründung zeigt das nicht auf. Nehmen wir mal als Kriterien zur Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite, was Sie immer behauptet haben, die Auslastung des Gesundheitssystems und die Möglichkeiten der Versorgung von Epidemienerkrankten. Als Maßstab können wir feststellen, dass die Aufrechterhaltung dieser epidemischen Notlage nicht mehr zu begründen ist. Eine hohe Anzahl feier Intensivbetten und die gleichzeitige Aufnahme von zahlreichen Covid-19-Intensivpatienten aus anderen europäischen Ländern zeigen, dass die Notlage nicht gegeben ist. Ebenso muss festgestellt werden, dass durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle von Mitte März bis Anfang April eine große Menge von Schutzausrüstungsgegenständen an verschiedene Länder weltweit geliefert wurden, darunter sogar nach China und an etwa weitere 20 Länder. Gleichzeitig wurde in den letzten Wochen gerade diese Knappheit wiederum dieser Schutzgegenstände in Deutschland beklagt. Jetzt importierten wir Schutzausrüstung an China. Wir hatten das ja besprochen. Zunächst mit teilweise gravierenden Qualitätsmängeln. Das ist mittlerweile wohl aufgehoben, also werden kontrolliert. Wobei wir aber nicht vergessen sollten, meine Damen und Herren, dass die Abhängigkeit von China uns gerade in dieser Situation in eine schwierige Lage gebracht hat. Nicht nachvollziehbar ist, dass heimischen Produzenten die Mund- und Nasenschutzmasken herstellen wollten. Das hatten wir ja auch gefordert. Hingegen Absagen erteilt wurden, Artikel aus der Welt vom 24.04. Weiterhin werden Schutzgegenstände in hoher Zahl exportiert, Mund- und Nasenschutzhaushaltungen usw. und wir haben seit Wochen immer mehr als 12 000 Freieintensivbetten in einigen Krankenhäusern Kurzarbeit eingeführt. Die Zahl der Covid-Erkrankten, der Neuerkrankungen sowie die Letalität durch Covid-19 geben keinen Anlass, die Feststellung einer epidemischen Notlage weiterhin aufrechtzuhalten, meine Damen und Herren. Hören Sie doch erst mal zu. Sie regen sich doch dann anschließend viel besser auf. Am 17. April hat der Bundesgesundheitsminister auf einer Pressekonferenz erklärt, dass das Wachstum der Neuinfektion nun im Jahr und der Ausbruch inzwischen beherrschbar sei. Wir beantragen hiermit, meine Damen und Herren, dass der Deutsche Bundestag feststellt, dass nach § 5 Absatz 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes die Voraussetzungen einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite nicht mehr vorliegen. Der Deutsche Bundestag hebt nach Maßgabe des § 5 Absatz 1 Satz 2 Infektionsschutzgesetz die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite wieder auf. Wir fordern die Bundesregierung auf, sich dafür einzusetzen, die Einschränkungen der Grund- und Bürgerrechte und weiterer einschränkenden Maßnahmen, die in § 5 Absatz 2 Investitionsschutzgesetz basierend sofort zu beenden. Meine Damen und Herren, in der letzten Zeit hatte man den Eindruck, dass die Bundesregierung die Gewaltenteilung als lästiges Beiwerk ansieht. Beispiel Kanzleramtschef Braun am 03.05. beklagte jüngst öffentlich die Entscheidung einzelner Gerichte, welche die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Virus aufgehoben haben. Meine Damen und Herren, kritisiert ein Minister, das sollte uns gleich zu denken geben, öffentlich Gerichte für Entscheidungen, weil diese den Wünschen der Regierung zuwiderlaufen sollte, uns das wirklich alarmieren, denke ich doch. Vielleicht denken Sie darüber nach. Ebenso Denk- und Redeverbote, die die Kanzlerin gerne erteilen möchte. Ihr Begriff Öffnungsdiskussionsorgien, der soll ja hier gefallen sein, der spricht ja, denke ich, für sich. Jetzt haben wir das natürlich. Würden die Bundesländer hier nicht in großen Schritten vorangehen, käme überhaupt keine Lockerung zustande. Eine Erleichterung für die Bürger somit auch nicht. Meine Damen und Herren, die teils mit Polizeigewalt aufgelösten stattfindenden friedlichen Demonstrationen von Bürgern, die sich mit Freiheits- und Grundrechtseinschränkungen überzogene Maßnahmen nicht abfinden wollen, bringen logischerweise Widerstand und organisierte Opposition hervor. Das ist nun mal ein Prinzip der Demokratie, mit dem Sie ja so und so Probleme haben. Schon immer. Sie haben ein Problem mit der Demokratie, aber Sie müssen das erdulden. Wir sind nun mal ein demokratischer Rechtsstaat. Nun stellt die Regierungskoalition ein zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vor. Darin sind zahlreiche Maßnahmen bzw. Gesetzesänderungen geplant. Jetzt wird es ja interessant, meine Damen und Herren, besonders umstritten ist der bekanntermaßen mittlerweile zweifache Versuch, einen Immunitätsnachweis einzuführen und damit eine gesetzliche Ungleichbehandlung und folglich quasi eine indirekte Nötigung, sich impfen zu lassen, um keinen Nachteil zu erfahren, einzuführen. Das haben Sie wieder zurückgegeben. Ich weiß, aber Sie haben es zweimal versucht, diese Nötigung durchzuführen. Nun hat die Koalition offensichtlich nach erheblichem Widerstand zurückgenommen. Gut. Ja, Ihren Mist kann ich auch nicht mehr hören, den Sie ihm erzählt, sage ich Ihnen ganz ehrlicher Sorge. Nicht nachvollziehbar ist, dass der Bund die Kosten für europäische Intensivpatienten, die in deutschen Krankenhäusern wegen mangelnder Kapazität im Heimatland behaltet werden, übernehmen soll. Meine Damen und Herren, dass wir anderen Ländern helfen, in Notlage gibt es sogar keine Frage. Wenn es um Leben gesundheitlich tot gibt, wird geholfen. Da brauchen wir von Ihnen keine Belehrung. Aber weshalb sollen denn diese Länder nicht das als Kredit bekommen und anschließend bezahlen? Unsere eigenen Wirtschaftsunternehmen, die pleite gehen werden, sollen Kredite aufnehmen, und andere Länder sind nicht in der Lage, diese Kosten irgendwann zurückzuerstatten? Vermitteln Sie das mal dem deutschen Steuerzahler. Das ist ja unverschämter der eigenen Bürger gegenüber, meine Damen und Herren. Der deutsche Beitrag als Steuerzahler soll das wieder tragen, was Sie für Almosen geben. Machen Sie es mit Ihrer eigenen Kasse. Schon im ersten Gesetzentwurf zum Bevölkerungsschutzgesetz ist der Versuch enthalten, dass die Bundesrepublik selbst die Feststellung einer epidemischen Lage nationaler Lage treffen kann, ohne Bundestag und ohne Bundesrat. Das war schon der erste Versuch. Herr Spannberg, Ihre Redezeit ist vorbei. Ja. Gut. Vielen Dank. Letzter Satz. Meine Damen und Herren, Grundrechtseinschränkungen wird es mit der AfD niemals geben. Da werden wir uns immer dagegen an, auch wenn Sie das ständig versuchen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion Bärbel Baas. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, alle haben den Wunsch, wieder Schritt für Schritt in eine normalere Lebenssituation zurückzukehren. Gestern haben Bund und Länder weitreichende Entscheidungen, wie ich finde, getroffen. Das muss man hier auch noch mal ansprechen, weil jetzt sehr viel Verantwortung wieder zurückgeht auf die Länder. Wir haben eine Zahl festgelegt, wie ich den Medien entnehmen konnte, dass man an sieben Tagen in der Folge nicht mehr als 50 Infizierte bei 100 000 Einwohnern haben darf. Ich glaube, ich habe das richtig referiert. Dass das aber gelingt, diese Verantwortung auch wahrzunehmen, das steht jetzt in diesem Entwurf. Deshalb ist es wichtig, dass wir mehr testen. Denn ich kann das nur kontrollieren, wenn ich dann auch diese Testmöglichkeiten habe. Das machen wir jetzt auch mit diesem Gesetz, dass wir das öffnen. Dabei kann man sich natürlich über die Finanzierung streiten, weil wir ein Stück der Verantwortung, die andere haben, wenn es um Seuchenbekämpfung geht und auch um Testkapazitäten, jetzt alleine der gesetzlichen Krankenversicherung aufzubürden. Das kann man jetzt so machen. Aber ich glaube, wir müssen uns langfristig doch noch mal mit dieser Finanzierungsfrage auseinandersetzen. Aber wichtig ist, dass wir viel testen. Das will ich explizit sagen. Das hat der Minister auch gesagt. Das ist sehr wichtig. Sonst kann ich die Verantwortung nicht wahrnehmen. Es ist auch doppelt wichtig. Die Verantwortung liegt jetzt bei den Kommunen und ihrem öffentlichen Gesundheitsdienst, bei den Gesundheitsämtern. Ich muss auch sagen, wir sind noch lange nicht so weit, dass sie gut ausgestattet sind, um genau diese Verantwortung wahrzunehmen. Auch das haben wir jetzt in diesem Gesetz verankert. Es ist wichtig, dass es kommt. Deshalb sind die Schritte sowohl der Digitalisierung und auch der Personalausstattung sehr, sehr wichtig. Ich hätte mir einfach nur gewünscht, das ist aber meine persönliche Auffassung das muss man nicht teilen, dass die Länder vielleicht diesen Zeitpunkt noch abgewartet hätten, weil das tritt wahrscheinlich erst zum 15. Juni in Kraft. Dann hätten wir die Voraussetzung geschaffen, neben übrigens einer App, die neben allen Maßnahmen, die wir bis jetzt gemacht haben, auch wichtig ist und sie wird ja hoffentlich auch bald kommen, auch mit den Voraussetzungen, wie wir sie für richtig halten. Nur in diesem Konzert dieser Maßnahmen, glaube ich, können wir die Infektionszahlen so gering halten, wie wir sie jetzt auch haben. Dann sind wir weiterhin ein gutes Beispiel für die Welt, was den Umgang mit dieser Pandemie angeht. Manchmal ist es ja schon interessant, dass mehr über Dinge gesprochen wird, die gar nicht im Gesetz stehen. Aber das muss möglicherweise in den Debatten auch sein. Das zeigt ja auch, dass wir kontrovers diskutieren. Solange wir keinen Impfstoff und auch kein Medikament haben und auch noch nicht sicher wissen, wie lang und wie weit ich immun bin, dass wir diese Passagen auch durch den Minister und den Koalitionspartner noch mal herausgenommen haben, hat, glaube ich, die Debatte und vor allen Dingen auch diesen Gesetzentwurf, der sehr wichtig ist mit dem, was dort enthalten ist, mit neuen Meldepflichten und so weiter, dann auch nicht belastet hat. Und dass der Ethikrat, weil es schon ein entscheidendes Thema ist, wie wir damit in Zukunft umgehen, jetzt auch die Zeit hat, darüber zu reden. Ich will auch sagen, uns fehlen in diesem Entwurf, aber wir haben ja jetzt noch Zeit im Verfahren, vielleicht auch den Blick noch mal darauf zu lenken. Wir haben in den letzten Tagen viel über Familien gesprochen, Kinder und die Belastung, wenn sie nicht zur Schule oder in den Kindergarten gehen können. Ich will mein Augenmerk vielleicht auch noch mal darauf lenken, dass wir viele Schutzschirme beschlossen haben. Seit dieser Woche ist in Kraft getreten, auch der Schutzschirm für die Haimittelerbringer, für das Müttergenesungswerk. Da bin ich sehr dankbar, dass der Minister das aufgenommen hat und wir das auch geschafft haben. Das war ein wichtiger Schritt für die, die das dort betrifft. Was uns allerdings auch noch fehlt, ist insbesondere auch mal den Blick auf die Familien zu werfen, die mit behinderten erwachsenen Menschen, wo ein Hilfesystem weggebrochen ist, wo wir die medizinischen Behandlungszentren noch nicht im Schutzschirm haben und wo wir die Sorge haben, dass möglicherweise hier bei ambulanten Reha-Diensten, weil wir uns sehr stark auf das Stationäre konzentriert haben, hier noch ein Stück die Hilfe fehlt. Das würden wir zumindest als Sozialdemokraten auch noch mal in die Diskussion einbringen. Vielleicht finden wir auch hier an der Stelle noch eine Lösung, uns insbesondere hier noch mal auf diese Bereiche zu konzentrieren, um eben auch ein Gesamtpaket am Ende zu haben, das wir auf den Weg bringen werden und die dann auch die Existenz gerade dieser wichtigen medizinischen Behandlungszentren nicht aus dem Blick fällt. Insofern wünsche ich uns allen gemeinsam gute Beratung zu diesem Gesetz. Es ist ein wichtiges Gesetz. Es wird die Länder und auch die Kommunen dabei unterstützen, ihre Verantwortung wahrnehmen zu können. Ich freue mich auf die Beratung in den weiteren Tagen. Vielen Dank. Vielen Dank, Bärbel Bas. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Dr. Andrew Ullmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Ich freue mich übrigens, dass wir heute wieder zusammenkommen. Schon wieder. Man freut sich in diesen Tagen, wenn man sich leibhaftig sieht. Ja, genau. Das ist etwas Tolles. Es macht manchmal mehr Spaß als digital. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Die Coronapandemie ist nicht die letzte Pandemie der Menschheitsgeschichte. Die Vorbereitung auf die nächste Pandemie muss bereits jetzt begonnen werden. Hier, was von der GroKo angeboten wird, ist in Teilen richtig, aber auch mager Kost. Es wird Zeit, dass Sie als Bundesregierung nachhaltig agieren, statt hektisch auf die Pandemie zu reagieren. Wir müssen unsere Lehren von der Covid-19-Pandemie ziehen und national und international endlich Schritte unternehmen, um uns besser auf die nächste Pandemie vorzubereiten. Denn Experten warnen bereits jetzt vor neuen Seuchen, die aufgrund der Globalisierung und des Klimawandels ausbreiten. Bereits vor der Coronapandemie hätten Schritte unternommen werden können. Da verweise ich ganz gerne auf die Studie der Bundesregierung aus dem Jahr 2012 und die Warnung des GPMB aus dem letzten Jahr. Doch was unternimmt die Bundesregierung? Wir haben jetzt einen Gesetzentwurf, der Konvolut. Ich gerne mit vier Punkten. Entschuldigung, bitte. Das war von unserem Ministerium. Dann sind wir aus dem Bundestag gewesen. Aber wenn Sie eine Frage stellen wollen dazu, gerne. Ich beantworte Sie. Vier Punkte möchte ich gerne hier kritisch aufzeigen, und zwar erstens. Es ist nach wie vor unklar, warum durch die Verordnungsermächtigung, also Ad-hoc-Regelungen, ohne parlamentarische Beteiligung festgehalten wird. Das ist einem Rechtsstaat unwürdig. Deshalb fordere ich Sie auch, kommen Sie zurück zu den ordnungsgemäßigen parlamentarischen Verfahren. Wir würden gerne als Opposition Sie als Regierung und auch als BMG an den Bundestag wieder fesseln. Zweitens. Pseudoanonymisierte Meldungen über Verdachtsfälle, die ans RKI weitergeleitet werden, können Rückschlüsse durchaus auf konkrete Personen zulassen, die nicht mit SARS-CoV-2 infiziert sind. Diese Art der Datenweitergabe zeigt erneut massive Einschritte der Grundrechtseingriffe. Sorry, so kann es nicht gehen. Auch wenn Sie, Herr Spahn, die Immunitätsnachweisthematik jetzt herausgenommen haben, ist es nicht ausgeschlossen, dass Ihre unzureichende Forderung zu einem späteren Zeitpunkt aus der Versenkung kommen wird. Dafür wollte ich gerne an dieser Stelle warnen. Das ist jetzt nicht Thema, aber das ist herausgenommen worden. Drittens. Massenhafte Tests von asymptomatischen Menschen in unserem Land. Als Wissenschaftler finde ich das durchaus interessant, aber das ist nicht umsonst möglich. Kosten sind immens, und diese massive Kostenausweitung zulassen der gesetzlichen Krankenversicherung ist zu erwarten, und das darf nicht auf dem Rücken der Beitragszahler erfolgen. Das ist nicht richtig, denn das kann man anders gestalten. Mit unserem Antrag haben wir es eingebracht. Eine repräsentative Antikörpertest und Auswertung von Obduktion würden einfach besser zum Ziel kommen und effizienter. Viertens. Sie haben gerade auch gesagt, öffentlicher Gesundheitsdienst soll ausgeweitet und gestärkt werden. Das begrüßen wir auch ausdrücklich. Aber das darf nicht einseitig zu Lasten des Bundes gehen. Öffentlicher Gesundheitsdienst ist Ländersache. Die Länder machen sich wieder einmal einen schlanken Fuß, ähnlich wie es beim Krankenhausentlastungsgesetz war. So kann es nicht weitergehen. Es wird Zeit, in Deutschland bei der Pandemiebekämpfung vom Reagieren zum Agieren überzugehen, unter Zuhilfenahme der Wissenschaft und ohne Verschwörungstheoretiker. Grundrechtseinschränkungen, die übrigens ohne Evidenz nur gefühlt richtig sind, sind zurückzunehmen. Wir brauchen eine gute und selbstbewusste Fehlerkultur. Die Vorbereitung auf die nächste Pandemie muss bereits jetzt beginnen. Wir haben dazu einen Antrag gestellt und werden es konstruktiv hoffentlich auch in den Auseinandersetzungen im Ausschuss einbringen können. Vielleicht können wir auch etwas übernehmen. Denn wir müssen multilaterale Institutionen wie die Weltgesundheitsorganisation stärken und bestehende Mechanismen effizienter ausgestalten. Nationale Herausforderungen müssen jetzt angegangen werden. Das globale und das nationale Gesundheitssystem muss auf eine mögliche zweite Welle und kommende Pandemien vorbereitet sein. Dazu brauchen wir ein klares Bekenntnis zu Demokratie, Wissenschaft und Freiheit. Herzlichen Dank. Kommen Sie bitte zum Schluss. Das war's. Wunderbar. Ja, gutes Zusammenspiel. Vielen Dank, Dr. Ullmann. Was hat er gesagt? Nächster Redner. Vielen herzlichen Dank. Nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Dr. Achim Kessler, bitte. Sie haben das Wort. Verehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist schon absurd, wie sich die AfD hier als Vorkämpferin der Freiheitsrechte geriert und gleichzeitig genau die Länder, die besonders repressiv vorgehen, Singapur, Taiwan, immer als Vorbild hinstellen. Ich finde, meine Damen und Herren, das sollten wir schon gemeinsam zurückweisen. Aber zum Thema. Herr Minister Spahn, selbst in einer so schlimmen Krise wie jetzt sind Sie nicht bereit, die grundlegenden Probleme anzugehen, die ja besonders jetzt in der Krise mit deutlicher Schärfe hervortreten. Die Finanzierung der Krankenhäuser durch Fallpauschalen führt zu einem enormen Kostendruck. Es ist genau dieser Kostendruck, der zum Pflegenotstand führt, der jetzt die Arbeit in den Krankenhäusern so schwer macht. Aber auch die fehlenden Labor- und Bettenkapazitäten, die fehlenden Vorräte an medizinischem Schutzmaterial sind Folge genau dieses Kostendrucks. Denn Kapazitäten, die nicht unmittelbar zu Gewinn führen, sind in unserem Gesundheitssystem von der Logik her ein Wettbewerbsnachteil. Es ist unverantwortlich, dass Sie selbst in der Krise diese Politik weiter fortsetzen. Meine Damen und Herren, es ist der blanke Hohn, dass Sie Pflegekräfte in der Altenpflege mit einer Einmalzahlung von 1 500 Euro abspeisen wollen. Selbst darüber wird seit Wochen noch gefeilscht wie auf einem Bazar. Gleichzeitig lassen Sie Unternehmen fröhlich weiterhin Boni mit Staatshilfe an Manager auszahlen. Statt einer Einmalzahlung brauchen wir dauerhaft attraktive Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. Deshalb fordert Die Linke monatlich 500 Euro mehr, und zwar für alle, die in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen, aber auch in der ambulanten Pflege für uns schuften. Wir müssen gerade in der Pflege die Angehörigen unterstützen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen. Wir haben dazu einen Antrag eingebracht. Ich werbe sehr dafür. Unterstützen Sie bitte diesen Antrag. Es darf auf keinen Fall sein, dass die Coronaprämien wieder von den Menschen mit Pflegebedarf auch noch selbst bezahlt werden müssen. Denn die Eigenbeteiligungen sind schon sehr viel zu hoch. Wir sagen, die Kosten der Krisen dürfen nicht auf die Versicherten abgewälzt werden. Steigende Kassenbeiträge und Eigenanteile als Folgen der Krise lehnt Die Linke strikt ab. Herr Spahn, Sie reden jetzt davon, dass die Krankenhäuser wieder in den Normalbetrieb zurückkehren sollen, wohlgemerkt in den Normalbetrieb mit zwölf Stunden Schichten in den Normalbetrieb. Das ist verantwortungslos gegenüber den Patientinnen und Patienten, aber das ist auch verantwortungslos gegenüber den Kolleginnen und Kollegen. Meine Damen und Herren, so geht man nicht mit Menschen um, die nicht nur jetzt in der Krise, sondern immer im Alltag ihr Äußerstes für unsere Gesundheit geben. Einige Krankenhäuser werden durch die Krise Gewinn machen, andere werden tiefrote Zahlen rutschen und machen jetzt schon Kurzarbeit. Unsere Krankenhäuser brauchen jetzt einen wirklichen Schutzschirm für einen begrenzten Krisenzeitraum. Für einen begrenzten Krisenzeitraum müssen ihnen die gesamten Kosten erstattet werden, dass sie aus der Pandemie ohne finanzielles Fiasko rauskommen. Das heißt, die Fallpauschalen müssen jetzt sofort ausgesetzt werden. Wir müssen zurück zur selbstkostendeckenden Finanzierung der Krankenhäuser. Wir brauchen endlich eine bedarfsgerechte und vor allem auch transparente Krankenhausplanung. Außerdem brauchen wir gesetzliche Personalschlüssel, die dem tatsächlichen Bedarf entsprechen und die Spielräume für Not- und Krisensituationen beinhalten. Aber vor allem, meine Damen und Herren, unsere Krankenhäuser müssen zurück in die öffentliche Hand. Aber die Folgen unseres profitgetriebenen Gesundheitssystems zeigen sich auch noch an anderer Stelle, und das geben Sie ja auch selber zu. In der Coronakrise geraten noch mehr Privatversicherte als sowieso schon in Zahlungsschwierigkeiten. Die rutschen dann automatisch in den Basistarif und haben dann eine viel, viel schlechtere Versorgung als die Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung. Wenn sich Ihre finanzielle Lage gebessert hat, so sieht es Ihr Gesetzentwurf vor, sollen Sie wieder unproblematisch in Ihren Ursprungstarif zurückkehren können. Meine Damen und Herren, das unterstützen wir. Aber ich frage Sie, was wird denn aus den kleinen Selbstständigen, den Friseuren, den Bäckerinnen, wenn Sie sich nach der Krise finanziell nicht erholen? Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Dr. Ullmann? Ja, gerne. Herzlichen Dank, Herr Kessler, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben ja gerade ziemlich Bashing gemacht über unser Krankenhaus- oder Krankenwesensystem in Deutschland. Befürworten Sie als Linke ein staatliches medizinisches System, wie wir es auch von England her kennen? Das ist gar nicht die Frage, die zur Debatte hier steht. Es geht darum, unser ... Möchten Sie eine Antwort hören oder nicht? Moment, jetzt darf er erst mal antworten, okay? Gut. Nein, jetzt antwortet Dr. Kessler. Also, das ist gar nicht die Frage, die zur Debatte steht. Da habe ich mich auch gar nicht dafür ausgesprochen, sondern es geht darum, jetzt in der Krise genau hinzugucken, wo die Probleme sind und wo sie herkommen. Und dann müssen Sie einfach mal von Ihrem ideologischen Irrglauben ablassen, dass über Wettbewerb und Markt alles geregelt werden kann, weil wir erleben im Moment das genaue Gegenteil. Gehen Sie doch mal in die Krankenhäuser und schauen Sie sich an, unter welchen Bedingungen gearbeitet werden muss, weil am Personal gespart werden ist, um die Gewinne zu erhöhen. Schauen Sie sich doch mal persönlich an. Aber ich würde jetzt gerne in der Regel fortfahren. Das hätte ich Ihnen jetzt auch empfohlen. So, weiter geht's. Was, habe ich gerade gefragt, wird aus den kleinen Selbstständigen, wenn sie sich nach der Krise nicht erholt haben? Was wird aus den Rentnerinnen und Rentnern, die uns allen Briefe schreiben, weil sie im Alter die steigenden Kosten ihrer Privatversicherung nicht mehr bezahlen können? Geben Sie doch endlich zu, Herr Ullmann und auch alle anderen, die das unterstützen, die private Krankenversicherung ist ein Holzweg. Sie dient im Zweifel den Interessen der Versicherungskonzerne und eben nicht der Versicherten. Deshalb muss die private Krankenversicherung abgeschafft werden. Wir brauchen eine solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherung, in der alle Menschen in Deutschland Mitglied werden, in die alle einzahlen, in der aber auch alle – das ist das Entscheidende – denselben umfassenden Versicherungsschutz haben. Herr Minister, für brandgefährlich halte ich Ihren Vorschlag eines Immunitätsausweises. Es hilft Ihnen jetzt auch nichts, sich hinter dem Ethikrat zu verstecken. Die Einführung eines Immunitätsausweises konterkariert nämlich Ihre eigene Strategie der Pandemiebekämpfung. Ihr Vorschlag wäre verbunden mit dem Privileg, zum Beispiel sich ungehindert im öffentlichen Raum bewegen zu können. Dadurch wird ein starker Anreiz gesetzt, dass sich Menschen mit einem geringen Risiko absichtlich infizieren. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir die ganze Zeit erreichen wollen. Letztendlich würde das auf eine Diskriminierung und Stigmatisierung derjenigen hinauslaufen, die noch nicht an Corona erkrankt sind. Ich bin sehr, sehr froh, dass dieser Vorschlag vorläufig vom Tisch ist. Meine Damen und Herren, Sie sehen, Kritik von links wirkt. Kommen Sie zum Schluss, bitte. Trotz unserer Kritik enthält das Gesetz, Herr Minister Spahn, manche richtige Einzelmaßnahme, aber sie werden leider nicht zum Erfolg führen, weil sie selbst in der Krise nicht bereit sind, von ihrem irrationalen Glauben an die Steuerung sozialer Systeme durch Markt und Wettbewerb abzulassen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Dr. Kessler. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss da eine Intervention machen, denn es geht nicht so auf, dass Sie hören. Wer hat das denn gekürzt in Großbritannien? Das ist spannend. Nein, jetzt geht es weiter in der Debatte. So. Nächste Rednerin. Können wir mal wieder ein bisschen runterkuhlen? Nächste Rednerin. Nächste Rednerin in der Debatte. Maria Klein-Schmeink für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Hause, wenn ich jetzt so die Stimmung hier erlebe, könnte man den Eindruck haben, als würden wir am Ende einer Pandemie sein. Wir sind nicht am Ende dieser Pandemie, sondern wir haben es geschafft, sehr erfolgreich die Pandemie zu begrenzen. Das sollten wir in jedem Moment immer wieder ernst nehmen. Es geht nicht darum, dass wir tatsächlich von einer grundsätzlichen Lockerung ausgehen können. Wir können nicht davon ausgehen, dass nicht zusätzliche Infektionen kommen. Wir müssen damit rechnen, dass noch sehr viele Menschen auch in den nächsten Wochen versterben werden. Das, bitte schön, darf bei aller Grundsatzdiskussion, die hier gerade anfing, sich zu entfalten, nicht vergessen werden. Wir müssen uns den konkreten Problemen an dieser Stelle stellen. Es wäre fatal, wenn wir davon ausgehen, dass diese Gefahren der Pandemie nicht mehr bestehen. Das muss an jeder Stelle immer wieder klar gemacht werden. Mit diesem gemeinsamen Verständnis haben wir genau das geschafft, was wir bisher geschafft haben. Aber es steht auch schnell wieder auf dem Spiel, und das sollte keiner vergessen in dieser Debatte. Da hat der Zusammenhalt eine ganz große Rolle gespielt, aber auch das Vertrauen, die Akzeptanz und die Nachvollziehbarkeit der Maßnahmen, die wir in der Pandemie getroffen haben, trotz des Geredes der AfD, der es erst nicht weit genug gehen konnte und dann jetzt darüber klagt, dass Grundrechte eingeschränkt würden. Genau das Spiel dürfen wir nicht mitmachen, sondern es muss darum gehen, dass wir gemeinschaftlich durch diese Krise gehen und darauf achten, damit umgehen zu können. Herr Minister, leider muss ich sagen, bei all dem, was vorher auch gut gelaufen ist, Sie haben dieses Vertrauen mit der überstürzten Debatte um den Immunitätsausweis beschädigt, ganz, ganz klar, und damit auch verschiedenste andere Debatten leider mitbefördert. Hinzu kommt, mit dem Gesetz jetzt werden zwar einige wichtige Dinge angegangen, aber sie sind erstens in vielen Teilen nicht nachhaltig, und sie reichen auch nicht. Das muss man ganz klar sagen. Gehen wir zur Pflegeprämie. Es sind nicht nur die Menschen und die Pflegekräfte in den Altenheimen, die eine Prämie verdient haben, sondern alle diejenigen im Gesundheitswesen und auch in besonderen Belastungen gestemmt haben und das auch noch weiterhin tun. Deshalb darf es nicht nur um eine Pflegeprämie für die Altenpflege gehen, sondern alle, die diese besonderen Belastungen zu stemmen hatten, sind einzubeziehen. Es ist kleinlich, dass wir vier Wochen darüber reden mussten, ob das finanziert wird oder nicht, und jetzt weiterhin von den 1.500 Menschen, die sich besonderen Risiken aussetzen mussten, immer noch 500 Euro, fraglich sind, ob sie denn kommen oder nicht. Und nicht geklärt ist, dass die Pflegebedürftigen am Ende die Zeche mitbezahlen müssen. Das ist kleinlich, das ist halbherzig. Wenn ich mir die Versprechungen aus dem Autogipfel angucke, dann muss ich sagen, es fehlt ein Pflegegipfel, der endlich für klare Verhältnisse sorgt. Was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass die Pflegekräfte mit dieser Prämie auch noch abgespeist werden und nicht der versprochene und endlich überfällige allgemeinverbindliche Tarif für die Altenpflege kommt. Das sind die Aufgaben, die zu lösen sind. Und die sind zu lösen im Zusammenspiel mit einer Reform der Pflegeversicherung, weil es kann nicht angehen, dass die dringend nötigen Verbesserungen in der Pflege ausschließlich von den Pflegebedürftigen bezahlt werden. So, das Nächste, der Schutzschirm. Er ist in der Tat löcherisch geblieben. Ich bin froh, dass Frau Baas schon mal angekündigt hat, dass wir die Menschen in den Blick nehmen müssen, die in besonderer Weise mit Risiken konfrontiert sind, gerade die Menschen mit Behinderung, die Kinder und Jugendlichen mit einer Schwerstbehinderung und deren Familien, die sind und ihre Einrichtungen im Übrigen auch nicht, nicht in diesem Schutzschirm bisher enthalten. Das finde ich ein Unding. Das geht ganz, ganz viele Institutionen und Angebote an. Da bitte ich Sie. Wir haben einen sehr umfangreichen Antrag dazu vorgelegt. Nehmen Sie den mit in die Debatte. Das ist mehr als überfällig. Und es ist ein Unding, dass ausgerechnet die mit den allerhöchsten Risiken mit enorm hoher Belastung durch den Wegfall von Ihren ansonsten alltagsunterstützenden Diensten alleine bleiben und gleichzeitig unsichtbar hinter Ihren Wohnungsmauern sind und sich keiner darum kümmert. Das kann nicht sein. Prävention. Auch da kann es doch nicht sein, dass wir die Mittel einsparen. Klar, wir brauchen andere Wege, damit Prävention und Gesundheitsförderung auch in Coronazeiten durchsetzbar sind, umsetzbar sind. Aber dann brauchen wir flexible, risikoangepasste Möglichkeiten, und wir brauchen nicht das Wegsparen an genau dieser Stelle. Das ist das falsche Signal. Insgesamt ist es auch ein falsches Signal, wenn endlich die Ausweitung der Testungen kommt, dass diese ausschließlich von den gesetzlich Versicherten zu zahlen wären. Es geht hier nicht darum, symptombezogen und natürlich, dann muss die GKV diese Testungen zahlen. Es geht ja darum, Reihentestungen zu machen, Arbeitsschutz zu machen, aber auch den besonderen Schutz von Risikogruppen zu organisieren durch regelmäßige, ständige Testungen. Das wird sehr viel Geld kosten, und das kann nicht nur der GKV übergeholfen werden, sondern das ist gesellschaftliche Aufgabe. Ich erwarte von Ihnen, dass das in diesem Gesetz nachgebessert wird. Das sind enorm hohe Kosten. Die können nicht einfach nur die gesetzlich Versicherten zahlen, und die PKV ist noch nicht einmal dabei. Das kann so nicht gehen. In diesem Sinne, wir haben noch viel zu tun. Die Coronapandemie ist nicht zu Ende. Denken Sie bitte an die Reketeiligung! Wir brauchen Zusammenhalt. Wir brauchen nicht das Gegenteil. Wir brauchen Solidarität und nicht die Auseinanderdividierungen von Menschen, die immun sind und nicht immun sind. So sollte man Debatten nicht führen. Vielen Dank, Maria Klein-Schmein. Der nächste Redner in der Debatte ist für die CDU-CSU-Fraktion Dr. Georg Nislein. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen! Meine Herren! Die Vorrednerin hat selbstverständlich recht mit der Vorstellung, es ist eben noch nicht alles überstanden. Die Pandemie ist nicht überwunden. Wir sind mittendrin. Trotzdem, glaube ich, gibt es Anlass zur Freude, nämlich festzuhalten, dass wir das Thema aktuell besser im Griff haben, als alle von uns gewagt haben, das jemals zu hoffen. Auch das darf man an der Stelle mal festhalten. Angesichts dessen ärgert es mich natürlich auch, genauso wie Sie, Frau Klein-Schmeink, dass die Populisten von rechts wie von links jetzt kommen und lieber ganz was anderes diskutieren wollen. Sehen Sie ruhig. Sie haben uns doch gerade hier versucht, Ihr linkes Spezialprogramm zu präsentieren, bis hin zur Verstaatlichen von Krankenhäusern, statt dass Sie sich an das Thema gehalten hätten, über das wir hier diskutieren. Herr Dr. Nislein, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Korte? Ich befürchte, dass er weiter sein Programm darstellen will, aber bitte. Herr Korte. Ja, das gute Programm will ich jetzt hier nicht ausführlich darstellen, sondern ich will die Gelegenheit nutzen, auch noch beim Kollegen Ullmann, der mit Blick auf Großbritannien sagte, bei Ihnen genau nachfragen. Das, was der Kollege Kessler eben dargestellt hat, war die Aufforderung ich glaube, da kann man in Zeiten der Pandemie allen Ernstes ernsthaft das in Zweifel ziehen, dass die Privatisierung des Gesundheitssystems, die Kürzung von staatlichen Mitteln zu diesen unerträglichen Zuständen, unter denen Pflegekräftearbeit müssen überhaupt erst geführt hat. Auf die Spitze getrieben wurde das Ganze in Großbritannien unter der grässlichen Margaret Thatcher und unter Tony Blair, wo nämlich die staatlichen Mittel im nationalen Gesundheitsservice kurz und klein gekürzt worden sind. Ist Ihrer Auffassung allen Ernstes, dass wir weiter eine Marktlogik im Gesundheitssystem brauchen, sind Sie nicht der Auffassung, dass gerade in diesen Zeiten der Markt raus muss aus dem Dings und dass aus dem Gesundheitssystem eine topfinanzierte staatliche Versorgung brauchen. Ich will keine privatisierten Krankenhäuser, und in der Tat will ich ein staatliches Gesundheitssystem, das topfinanziert ist, und nicht ein staatliches Gesundheitssystem wie in Großbritannien, das wegen Leuten wie Ihnen, die den Neoliberalismus und den Markt anbieten, in dem Zustand ist, in dem es ist. Ja, das ist die Situation. Das will ich gerne einfach mal fragen. Vielen Dank, Herr Lortel. Also, lieber Herr Kollege, Sie haben ja gerade bei Ihren Ausführungen den eigenen Widerspruch selbst bemerkt. Ja? Sie fordern hier ein staatliches Krankenhauswesen und kritisieren gleichzeitig das staatliche Krankenhauswesen in Großbritannien, bei dem es eben nicht funktioniert. Es funktioniert deshalb nicht, Herr Kollege, weil es staatlich ist, nicht weil es dann Geld machen, sondern weil es staatlich ist. Ey, jetzt ist Herr Nusslein dran! Und der von Ihnen gescholtene Markt wird dafür Sorge tragen, dass sich die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung bei den Pflegekräften eben verbessert. Denn die marktliche Situation ist doch die, dass momentan diejenigen Institutionen, die Pflegekräfte anwerben wollen, dass die für den Schutzmarkt ist. Jetzt lassen Sie mich doch halten. Jetzt mal ganz im Ernst, bei aller Erregung, die ich auch nachvollziehen kann, weil es ein wirklich schwieriges Thema ist, jetzt lassen Sie doch mal bitte den, der eine Frage bekommen hat, diese Frage beantworten. Können wir das so machen? Gut, das ging auch jetzt an Herrn Dr. Kessler. So, Herr Nusslein, Sie sind dran. Sehr geehrte Frau Nusslein. Die Antwort kann man auch ein bisschen kürzer machen. Angenehmer, wenn wir das in größer Ruhe machen können. Ich sage jetzt was vorher, und Sie können mich daran messen, der Markt eben die Problematik, dass wir zu wenig Pflegekräfte auf diesem Markt haben, wird dafür Sorge tragen, dass die Bezahlung besser wird. Es wird dafür Sorge tragen, dass in der Konsequenz mehr Menschen diesen Beruf ergreifen werden, und es wird auch dafür Sorge tragen, dass in der Konsequenz die Arbeitsbedingungen besser werden. Genau so wird das kommen, und das können Sie sich anschauen. Das kann nichts besser lösen als am Schluss tatsächlich eine marktliche Situation, die auch die staatlichen Systeme. Lieber Herr Kollege, sind die Mittel knapp? Wir werden in den nächsten Monaten vielfach über die Knappheit dieser Mittel nach der Krise reden und uns überlegen, wie man genau mit dieser Knappheit umgeht. Leider Gottes ist die Zeit vorbei, wo man sich alles hat an der Stelle leisten können. Dass wir eine Steuerung in den Krankenhäusern brauchen und die Selbstkostenfinanzierung seinerzeit daran gescheitert ist, dass am Mittel ausgegangen sind und der Arbeitsmarkt belastet war an der Stelle. Das wissen Sie doch selber. Ich verstehe ja, dass Sie unser Linkens-Programm hier unterjubeln wollen, aber es ist nicht die Zeit und nicht die Stunde, über so etwas zu diskutieren. Jetzt kommen wir wieder zu Ihren. Genau. Ich hätte mich gefreut, wenn Sie diese Prämie für Pflegekräfte gewürdigt hätten. Ich halte nicht nur, dass es am Schluss natürlich auch darum geht, das in Zahlen, in materiellen Werten auszudrücken. Ich hoffe, dass die Länder auf 1 500 Euro aufstocken. Ich hoffe, dass die Länder jetzt aufstocken, dass diese Prämie etwas ist, was sich die Menschen momentan verdient haben an der Stelle, weil die Besuchsverbote nicht nur die Betroffenen zu pflegend belastet, sondern natürlich diese veränderte Situation einspringen zu müssen, Menschen, die auf einem schwierigen, vielleicht auf einem letzten Weg sind, entsprechend professionell begleiten zu müssen, dass das etwas ist, was anspannt. Das müssen wir an der Stelle anerkennen, auch finanziell. Ich hätte mich gefreut, wenn das entsprechend gewürdigt worden wäre. Nun macht aber das, was ich gerade beschreibe, das Dilemma deutlich. Wir haben auf der einen Seite hochvulnerable ältere Menschen, die wir vor Corona schützen müssen, auf der anderen Seite die Vereinsamung, die durch diese Isolierung kommt. Deshalb möchte ich an der Stelle auch unterstreichen, dass eine der wichtigsten Lockerungen, die dieser Tage von den Ministerpräsidenten und der Kanzlerin beschlossen wurden, die Lockerung dieses Besuchsverbots ist. Das ist ganz wichtig für die Menschen in den Alten- und Pflegeheimen, aber auch, meine Damen und Herren, für die Pflegekräfte. Bei dem ganzen Thema Lockerungen ist für mich entscheidend, dass wir am Schluss vorsichtig, aber zielorientiert vorangehen. Es darf nicht so sein, dass die Therapie und die Nebenwirkungen am Ende schlimmer sind als die Medizin, als die Krankheit selber. Es darf nicht sein, dass Therapie und deren Nebenwirkungen schlimmer sind als die Krankheit selber. Ich weiß, dass auf der rechten Seite des Hauses welche sind, die jetzt schon davon sprechen. Das sei aber alles schon so. Ich weise darauf hin, dass wir hier als Politik eine Gesamtverantwortung wahrnehmen, die übrigens größer ist als die enge Perspektive der Virologen. Ich weise auch darauf hin, dass ich natürlich auch sehr wohl wahrnehme, wie draußen in der Bevölkerung die Stimmung allmählich kippt und wie wichtig es ist, denen, die auch wirtschaftlich in einer schwierigen Situation sind, Perspektiven zu bieten. Insofern freue ich mich, dass das gestern in einer sehr guten Art und Weise, wenn auch in der Weise der gebotenen Vorsicht gelungen ist. Nun haben wir hier vielfach diskutiert über etwas, was bemerkenswert ist, nämlich diesen Immunitätsnachweis, der gar nicht im Gesetz steht. Es ist komisch, dass man über etwas diskutiert, was nicht mehr im Gesetz steht. Auf der einen Seite sage ich Ihnen aber auch, das ist eine Diskussion, die wir eigentlich ganz anders hätten führen müssen, nämlich die Frage, uns zu stellen, was machen wir denn in Zukunft an der Grenze oder im Altenheim? Wie dokumentieren wir denn, wenn wir irgendwo einreisen wollen, dass wir keine Viren tragen? Für so etwas werden wir einen Nachweis brauchen. Übrigens gibt es diesen Nachweis, denn wenn Sie sich mal Ihren Impfpass angucken, werden Sie überrascht feststellen, dass da nicht nur die Impfungen eingetragen sind – die gibt es übrigens noch gar nicht für Corona –, sondern Sie werden feststellen, da sind auch Antikörpertests drin, die man vermerken kann. Wenn die Wissenschaft die Grundlage dafür liefert, dass sie sagt, wer Antikörper trägt, ist für einen bestimmten Zeitraum immun, wird sich derjenige anders bewegen in Europa und über Europa hinaus als derjenige, der das nicht dokumentieren kann und für diesen Zweck dann eben einen aktuellen Test mitführen wird. Das ist die Realität an der Stelle. Die Diskussion, die wir jetzt an der Stelle geführt haben – da braucht man keinen Staat dafür, das mag sein, aber die Diskussion, die mich geführt haben, hat mich insbesondere deshalb geärgert, weil man doch gesehen hat, wie das jetzt wieder hier läuft. Ja, da kommen die Impfgegner, die Verschwörungstheoretiker, diejenigen, die noch ein bisschen politisch Kapital aus der Geschichte schlagen wollen, tun sich zusammen und behaupten allen Ernstes, wir würden eine Impfpflicht verordnen, als ob jemand eine Impfpflicht verordnen würde an einer Stelle, wo es noch gar keinen Impfstoff gibt. Das ist doch widersinnig. Sie unterschätzen natürlich die Intelligenz Regierung auf der einen Seite, aber sie spielen auf der anderen Seite – auch ganz offen gesagt – mit der Dummheit bestimmter Leute, die auf solche Geschichten reinfallen. Dass das funktioniert, das macht mich ärgerlich und erfüllt mich auch mit Sorge, denn die gleichen Themen erleben wir bei der Tracing-App an der Stelle, wo wir einfach festhalten müssen. Das ist eigentlich ein auf Freiwilligkeit beruhendes, intelligentes System, wo man für sich selber am Schluss nachvollziehen kann, ob man in engem Kontakt mit jemandem war, der Corona hat. Genau diese Idee, die eigentlich ideal ist, die man übrigens gar nicht verpflichtend machen kann, weil ich keinen verpflichten kann, sich tatsächlich ein Smartphone in die Tasche zu stecken, wird nach dem gleichen System verunglimpft, weil Ihnen das egal ist, weil es Ihnen nicht auf das Ergebnis ankommt, sondern nur auf Ideologie, die Sie uns vorher vorgehalten. Sonst kommt es Ihnen auf gar nichts an. Schämen Sie sich an der Stelle. Dankeschön, Dr. Nüßlein. Nächste Rednerin in dieser lebhaften Debatte. Dankeschön. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion Hilde Mattheis. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lebhafte Debatten sind wichtig und richtig, aber ich hoffe jetzt auf Zuspruch. Von da bis da, wenn ich das Thema ÖGD wieder aufrufe. Denn ich glaube, dass alles das, was wir mit dem zweiten Schutzgesetz jetzt für den ÖGD machen, zwei Dinge aufzeigen. Erstens. Es ist wichtig und richtig, den ÖGD zu stärken. Personalität und Personalität. im RKI zu etablieren, direkte Ansprechpartnerinnen zu etablieren und zu sagen, wir brauchen, was die Ausstattung anbelangt, in den Gesundheitsämtern, in den 400 Gesundheitsämtern, bessere Ausstattung. Denn eine Übermittlung von Zahlen per Telefon oder Fax gehört nicht in diese Zeit. Und das Zweite, was ich aufzeigen möchte, ist, es ist ein schmaler Grat, den wir da nutzen können als Bundesgesetzgeber, ein ganz schmaler Grat. Und die Frage ist, und das ist die Lehre, die ich ziehen möchte, die vielleicht wir zusammenziehen möchten, aus dieser Coronakrise. Brauchen wir nicht eine Debatte um die Stärkung der Daseinsvorsorge, gerade im Gesundheitsbereich, und die Etablierung des ÖGDs? Und was müssen wir und dürfen wir können als Bundesgesetzgeber, um das nachhaltig zu stärken? Denn schon 2016 haben die Landesgesundheitsminister Leitlinien miteinander vereinbart für den ÖGD. Da stehen so wunderbare Sachen drin wie wir brauchen wesentlich bessere multiprofessionelle Ausstattung, also Teams. Interdisziplinäre Aufgaben müssen bewältigt werden. Und die Ausgaben für den ÖGD müssen sich an Versorgungsherausforderungen orientieren. Was stellen wir denn gerade fest? Und die Zusammenarbeit des ÖGD mit Forschung und Wissenschaft muss verbessert werden. Und als drittes oder als vierten Punkt steht in diesen Leitlinien die Gesundheitsämter sollen Unterstützung von Kommunen, Ländern und dem Bund bekommen. Wir machen uns jetzt auf den Weg, diesen Pfad auszunützen und auszuschöpfen, um genau das hinzukriegen. Denn wir stellen ja fest in dieser Coronakrise, dass gerade dem ÖGD fundamental wichtige Stellschraubenaufgaben zukommen. Aber sie müssen es auch bewältigen können. Und in den letzten Jahren hat sich das ärztliche Personal um 30 Prozent reduziert. Nicht nur, weil die Stellen vielleicht nicht so ganz attraktiv sind wie in den Kliniken, sondern auch, weil unter der Schuldenbremse die Länder und auch der Bund gesagt haben, wir müssen bestimmte Bereiche der Daseinsvorsorge irgendwie zusammensparen. Das rächt sich jetzt. Und wir versuchen, mit diesem Flickenteppich, der auch unser föderales System kennzeichnet, einiges hinzubekommen. Und dafür danke ich Ihnen, Herr Spahn, dass Sie da die wichtigen Stellschrauben gedreht haben. Und ich möchte abschließend uns allen auch den Mut wünschen, dass wir diese Debatte nach überstandener Coronakrise nicht vergessen, sondern kräftig, kräftig daraus die Lehre ziehen, dass wir alle zusammen, nicht nur weil eine womöglich nächste Pandemie vor der Tür steht, sondern weil wir wollen, dass die Gesundheitsversorgung und die Versorgungsstruktur besser wird, diesen Baustein ÖGD stärker unterstützen und die Versorgungslinien für die gesamte Bevölkerung mit diesem dritten Baustein neben anderen Versorgungsbausteinen stärken. Das müssen wir uns behalten. Und ab und zu mal das, was wir jetzt sagen, nicht nur behalten, sondern auch nachlesen und dann umsetzen. Das wäre echt prima. Vielen Dank. Vielen Dank, Hilde Matters. Vielen Dank. Die nächste Rednerin für die FDP-Fraktion, Nicole Westig. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Minister! Sie haben eben an das Gemeinschaftsgefühl hier appelliert und dabei doch eine sehr große Gruppe unserer Gesellschaft ausgegrenzt. Zu dieser Debatte liegen drei Anträge zur Situation pflegender Angehöriger vor, und Sie erwähnen diese große Gruppe mit keiner Silbe. Dabei zeigt die Covid-19-Pandemie die ohnehin schon schwierige Situation der pflegenden Angehörigen wie durch ein Brennglas. Zur generellen Überlastung gesellen sich nur noch weitere Sorgen. Die Sorge vor der eigenen Infektion, die Sorge, die zu Pflegenden anzustecken, die Sorge darum, was passiert, wenn nicht mehr gepflegt werden kann. Das, was in normalen Zeiten schon ein unwürdiger Zustand für unsere Gesellschaft war, ist nun in Coronazeiten noch einmal deutlich verschärft worden. Dass hier dringend verbessert werden muss, haben Sie selbst eingestanden, liebe Kolleginnen und Kollegen von der GroKo. Notwendige Änderungen stehen im Koalitionsvertrag. Ende letzten Jahres haben Sie selbst einen Antrag eingebracht. Das sind die richtigen Ansätze, zum Beispiel die Zusammenlegung des Budgets von Kurzzeit- und Verhinderungspflege. Sie wollen das, wir Freie Demokraten wollen das, Grüne und Linke wollen das. Schade, dass Herr Korte nicht mehr da ist. Ich wollte mal auch etwas Gemeinsames hier betonen. Worauf warten wir noch? Danke schön. Warum begrenzen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der GroKo, die notwendigen Erleichterungen beim Entlastungsbudget allein auf den Pflegegrad 1? Warum lassen Sie die weitaus stärker beanspruchten Menschen, die Angehörige der Pflegegrade 2 bis 5, die Angehörige der Pflegeversorgung aber im Regen stehen? Den Beschäftigten in den Kliniken ist es mithilfe der Politik jetzt beispielhaft gelungen, die Kapazitäten an Intensivbetten zu erhöhen. Das war richtig und wichtig. Warum aber unternehmen Sie, Herr Minister, nicht die gleichen Anstrengungen zum Schutz vor der Covid-Infektion von vulnerablen Gruppen wie den Pflegebedürftigen, damit es gar nicht erst zu stationären Aufenthalten kommen muss? Warum waren Kontaktsperren bislang der einzige Schutz dort, wo regelmäßige Testungen und ausreichend Schutzkleidung längst überfällig sind, also gerade für Menschen in der Pflege und natürlich für pflegende Angehörige? Und noch etwas. Viele ausländische Betreuungskräfte sind wegen der Quarantäneregelung in ihre Heimat zurückgekehrt. Bei den Erntehelfern lag exakt die gleiche Problematik vor. Diese wurde unbürokratisch gelöst. Für die Menschen, die nun nicht mehr häuslich betreuen, wurden ähnliche Anstrengungen nicht unternommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ohne die sorgenden Angehörigen würde unser Pflegesystem kollabieren, personell und finanziell. Die herausragende Leistung dieser Menschen gehört anerkannt wie die aller Pflegekräfte derzeit in den Kliniken, in den stationären wie in der ambulanten Pflege. Lassen wir diese große Gruppe nicht länger allein. Unterstützen wir sie. Die entsprechenden Anträge liegen vor. Setzen wir sie einfach um. Vielen Dank. Vielen Dank, Nicole Westig. Nächster Redner in der Debatte kann sich schon auf den Weg machen. Vielen herzlichen Dank. Der nächste Redner ist Rudolf Henke für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Frau Westig, das werden wir ja in einer Überweisung unterstellten für den kommenden Montag geplanten Anhörung diskutieren können. Das werden wir anschließend im Ausschuss diskutieren können. Insofern finde ich, zur Debatte gehört ja auch, dass jeder seine Vorschläge einbringt und dass man sie dann wertet und richtet. Ich möchte mich trotzdem hauptsächlich noch mal auf die Situation konzentrieren, in der wir seit der gestrigen Entscheidung der Ministerpräsidenten, der Länder und der Bundesregierung gekommen sind, sehr viele Öffnungen vorzunehmen. Ja, dann heißt es immer unter Schutzmaßnahmen. Die berühmten AHA-Kriterien, die Regeln, Abstand, Hygieneregeln, Alltagsmasken, und ja, für die Betriebe wird dann auch gesagt, die müssen jetzt wieder Geld verdienen. Dann muss aber natürlich ein Konzept her, Hygienekonzept, das auch mit Arbeitswissenschaft und Arbeitsmedizin abgestimmt ist und in dem man dann Betrieb für Betrieb klären kann, dass man weder Beschäftigte noch Kunden in eine Gefährdung bringt. Damit ist jetzt eine große Verantwortung, auf die Ministerpräsidenten und die Bundesländer übertragen. Uns mag das hier auch ein Stück weit vielleicht erleichtern. Aber ich bin Jens Spahn und auch dem Bundeskabinett insgesamt sehr dankbar, dass doch in diesem Beschluss von gestern auch klare Kriterien dafür enthalten sind, wann die Länder, die sich das ausdrücklich ausbedungen haben. Man wundert sich, warum heute die Bundesratsbank hier im Plenum so schwach besetzt ist. Warum sind nicht mehr Länder vertreten, wenn der Zeitpunkt ist, zu dem ihre Verantwortung für den Schutz der Bevölkerung in vollem Umfang zurückkehrt? Warum ist das so? Ich frage mich das. Wir alle müssen Wächter dafür sein, dass die Bundesländer jetzt in der Tat ihre Zusage einhalten. Dazu ist der öffentliche Gesundheitsdienst natürlich das zentrale Instrument. Es ist gut, dass wir den stärken. Übrigens nicht erst zu dem Zeitpunkt, wo das Gesetz beschlossen sein wird, wie das vorhin mal jemand angemerkt hat, sondern es gibt ja schon eine Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern über die Maßnahmen, die getroffen werden. Das enthält ja, dass am 25. März 2020 kurzfristig pro 20.000 Einwohner mindestens ein Kontaktnachverfolgungsteam aus fünf Personen in den Einsatz gebracht wird. Am 25. März ist diese Entscheidung getroffen werden. Verantwortung für diese personelle Ausstattung bei den Ländern. In einer Stadt wie Köln zum Beispiel, die in den letzten Wochen enorm belastet war, haben wir eine Aufstockung des Personals der Gesundheitsämter von 350 Personen auf 700 Personen. Natürlich haben ganz viele Ämter in Köln dafür etwas opfern müssen. Der Betriebsärztliche Dienst der städtischen Bediensteten in Köln liegt zurzeit ziemlich da nieder, weil man diese Kräfte im Gesundheitsamt konzentriert. Auch andere Ämter können davon ein Lied singen, und das ist in vielen Städten der Fall. Trotzdem haben wir natürlich noch kein Monitoringsystem darüber, wie denn der öffentliche Gesundheitsdienst personell ausgestattet ist. Auf eine entsprechende Frage in dem Briefing heute Morgen konnte zumindest der Vizepräsident des RKI keine bundesweite Zahl der Beschäftigten in den Gesundheitsämtern nennen. Da müssen wir höllisch Acht geben, denn die Fähigkeit zum Aufdecken erneuter Infektionsausbreitung ist jetzt dort in den Händen, und wir helfen. Der Bund, das Bundesministerium für Gesundheit hilft, wo es nur geht. Wir stellen diese Containment-Scouts, schnelle Eingreifteams zur Verfügung, 525 Kräfte. Wir schaffen 40 zusätzliche Kräfte in der Kontaktstelle Kommunaler Öffentlicher Gesundheitsdienst beim RKI. Der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes wird in dem Projekt Medis for ÖGD mit Medizinstudierenden zum Einsatz in den Gesundheitsämtern unterstützt. Das ist alles sehr, sehr gut. Aber die eigentliche Verantwortung wird ja nicht die 350 Kräfte jetzt im Kölner Gesundheitsamt innerhalb weniger Monate wieder zurückschicken können. Also, wie macht man das? Wo ist das Konzept dafür, dass diese Zahl an Kräften dort auch bleibt? Das stellt sich in der gesamten Republik. Deswegen wäre ich so froh gewesen, hätten wir hier Ministerpräsidenten oder Gesundheitsminister zu Gast gehabt, die das hier bekundet hätten, wie sie das ganz genau machen werden. Ich bin aber sicher und fest überzeugt, dass denen die Größe dieser Aufgabe, die sie da gestern übernommen haben, natürlich vollständig bewusst ist. Deswegen bin ich auch absolut sicher und optimistisch, dass wir alle diese Öffnungen, viele von den Ministerpräsidenten gefordert, jetzt natürlich auch einlösen werden. Ich will ein Wort noch zu dieser, wie ich finde, etwas unsinnigen Debatte um das Thema Immunitätsausweis sagen. Dass das jetzt da nicht drinsteht, finde ich in Ordnung. Denn wir haben ja realistisch betrachtet jetzt allenfalls je nach Studie 2 Prozent der Bevölkerung, die derzeit infiziert sind und die sich derzeit in Antikörpertestungen als Antikörperträger ausweisen könnten. Im Moment weiß keiner, wie lange diese Antikörper Bestand haben. Wenn sie denn da sind, weiß keiner, was es bedeutet. Und ob sie einen Krankheitsschutz bieten. Und wenn sie einen Krankheitsschutz böten, wüsste auch keiner, ob sie einen Infektionsschutz bieten, also dass man andere nicht anstecken kann. Und weil das so ist, hat die Debatte darüber auch noch Zeit. Aber über eines müssen wir uns, finde ich, alle klar sein. Jeder Arzt, der bei einem Patienten, jede Ärztin, die bei einem Patienten einen Befund erhebt, ist natürlich rechtlich verpflichtet, diesem Patienten den Befund zu eröffnen und mitzuteilen. Und selbstverständlich kann der Patient mit diesem Befund verfahren, wie er will. Und selbstverständlich kann er den auch dazu nutzen, um beispielsweise, wenn eine Quarantäne gegen ihn verhängt würde, dagegen zu argumentieren und zu sagen, Quarantäne für mich ist doch völlig unverhältnismäßig, Besuchssperre für mich ist doch völlig unverhältnismäßig. Und ich bin sicher, wenn die Fragen, die wissenschaftlich zu klären sind, über den Charakter, die Dauer und die Bedeutung des Immunitätsnachweises, wenn die geklärt sind, dann ereilt uns diese Frage selbstverständlich wieder. Deswegen finde ich, ist es auch wichtig, dass wir die Zeit, die jetzt gewonnen ist, dazu nutzen, uns darauf vorzubereiten. Herr Kollege, die Zeit ist abgelaufen. Bitte wirklich um Nachsicht. Also, das geht jetzt nicht mehr. Ja, ich habe die Nachsicht. Dann bedanke ich mich sehr. Sie haben bald wieder Gelegenheit. Ich habe ja vielleicht irgendwann noch mal eine Gelegenheit. Gut, dann ist die letzte Rednerin zu diesem Punkt die Kollegin Heike Behrens, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Den Virus besiegen wir nur mit Solidarität. Und solche Solidarität braucht die Pflege. Brauchen die, die aufgrund von Alter und Krankheit Sorge haben, sich anzustecken? Brauchen jene Menschen, die zuhause pflegen oder im Pflegeheim sich um die Sorgen, um die zu sorgen, um die zu sorgen, um die Menschen, die das größte Risiko haben, bei einer Covid-19-Erkrankung zu sterben. Solche Solidarität brauchen alle, die ganz nah mit anderen Menschen in Kontakt kommen. Gerade sind die Scheinwerfer und Kameras auf das gerichtet, was die Pflege sowieso immer leistet und was sie auch nach Corona weiterleisten wird. Darum ist es so gut, dass das Schwarzsignal von Olaf Scholz, nämlich 1 500 Euro Steuer- und Sozialversicherungsfrei zu stellen, den Weg eröffnet hat für eine Sonderzahlung an alle, die in der Altenpflege arbeiten. Eine Coronaprämie für alle, die gerade in Pflegeheimen und ambulanten Diensten einer besonderen Belastung ausgesetzt sind und die eh nicht gut entlohnt werden, wie es ihrer eigentlich anspruchsvollen Aufgabe entspricht. Das ist gerecht. Auch die geteilte Finanzierung von Bund und Ländern ist gerecht. Ein Bonus ist gut, aber echte Anerkennung wird es erst geben, wenn sich alle auf eine gute Tarifbezahlung und bessere Arbeitsbedingungen verlassen können. Da bleiben wir als SPD am Ball. Weil auch die Pflege zu Hause unsere Solidarität braucht, gibt es in diesem Gesetzentwurf, den wir hier beraten, wichtige Entlastungsmaßnahmen. Rehakliniken können für die Kurzzeitpflege in Anspruch genommen werden. Die Kurzzeitpflege wird stärker durch die Pflegeversicherung unterstützt. Der Entlastungsbetrag von 125 Euro kann flexibler in Anspruch genommen werden. Und ein ganz wichtiger Punkt, der noch nicht zur Sprache kam, der Zugang zum Pflegeunterstützungsgeld wird einfacher. Wir als SPD- werden im weiteren Verfahren dafür kämpfen, dass dieses Pflegeunterstützungsgeld, das immerhin 90 Prozent des Nettogehaltes bei Arbeitsfreistellung umfasst, auf mindestens 20 Tage aufgestockt wird. Denn einen Monat mehr Zeit, um Pflege zu organisieren, ist wichtig zur Entlastung von pflegenden Angehörigen. Wir können uns ein Stück Mut leisten, sagte gestern die Kanzlerin. Mir ist wichtig, in der Pflege müssen wir mutig sein. Denn man kann im Alter auch an Einsamkeit sterben. Die Seelennöte, die das auch bei Ehepartnern, Kindern oder Enkelkindern zurücklässt, sind mindestens so groß wie die Bestürzung darüber, dass jemand an einer Viruserkrankung gestorben ist. Darum lassen Sie uns alles dafür tun, alles das tun, was schützen hilft, Abstands- und Hygieneregeln einhalten, persönliche Schutzausstattung für alle, die in der Pflege arbeiten oder Besuche machen und testen, 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 aber nicht aus lauter Sorge Menschen isolieren, die eigentlich menschliche Nähe und Beistand brauchen. Denn auch die dürfen wir nicht allein lassen, die auch ohne Covid-19 auf ihrer letzten Wegstrecke sind. Denn auch dafür ist Pflege da, ein würdevolles Sterben zu ermöglichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Behrens. Ich schließe die Aussprache zu diesen Tagesordnungspunkten interfraktionell. Aufmerksamkeit wird die Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 1867, 18999, 1857, 18946, 1859, 1852, 18749, 1849 und 17797 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir so. Beim Zusatzpunkt 9 wird in der Fraktion 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 der eigentlich ist die sehr parliamentary Inside orthokonstrationale Überweisung der Vorlage auf Drucksache 18956 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Allerdings ist die Federführung scrittig. Die Fraktionen CDU und CDU und SPD wünschen Federführung beim Ausschuss für Kinder, Kinder,straße, gesundheit, aus und Grüne, also Federführung beim Ausschuss Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Das sind die Grünen. Danke schön. Wer stimmt dagegen? Das sind alle übrigen Fraktionen. Enthaltungen? Keine. Der Überweisungsvorschlag ist damit abgelehnt. Und wir stimmen ab über den Überweisungsvorschlag CDU, CSU und SPD, Federführung beim Ausschuss für Gesundheit. Wer stimmt dafür? Das sind alle Fraktionen, mit Ausnahme der Grünen. Wer stimmt dagegen? Die Grünen. Dankeschön. Enthaltungen? Keine. Der Überweisungsvorschlag ist damit angenommen. Ich rufe auf den Zusatzpunkt 12. Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel von Dänemark lernen. Keine Staatshilfen für Konzerne in Steueroasen oder Gewinnentnahmen wie Dividenden und